Sind lange Haare für Männer eigentlich immer noch im Trend? Ja, das kann man so sagen und zwar mehr denn je. Denn während der Pandemie und den damit verbundenen Lockdowns haben sich viele Männer ihre Haare lang wachsen lassen und haben dann gemerkt, hey, das sieht doch richtig nice aus und dementsprechend auch nicht mehr abgeschnitten. Jetzt werden die Haare vielleicht etwas gestufter getragen, aber nach wie vor bleiben lange Haare bei Männern, egal ob offen getragen oder als Man-Bun, nach wie vor auf jeden Fall 2023 im Trend.